Zu unserem ersten Video auf diesem Kanal. Ich bin Jakob und ich bin Luke Körs und heute drehen wir 10 Arten von Schülern, die ihr wahrscheinlich sicher alle kennt. Los geht's! Nummer 1 Die Streber Oh, wie interessant! Fertig! Also wer kann mir sagen, was 7 plus 8 ist? Hier, 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 lehren! Hier 78? Nein! 7 plus 8 ist 15! Hey, es ist doch 7 plus 8 und dann hast du 7 und 8 und es ist 78! Die können mich nicht verarschen! Ich bin nicht doof! Abhändler! Vielen Dank.